Ich will ins Stadion. Ja, ich nehm das Paket mit und zeig's mir den Weg. Hast du das Stadion nicht gesehen? Nö. Ach, da hinten, oder? Ne, das ist ne Fabrik. Dahinter. Warte. Einfach dem roten, roten, rennenden Punkt hinterher. Ich nehm die Lieferung mit, das ist jetzt meins. Ich nehm mit. Aber unsere Zeit läuft noch. Das ist egal, das wird gleich storniert. Komme. Doing. Ich nicht gegen einen Hülslaufe. Der Booster Club. Wir könnten auch ins Riesenrad. Oh, Riesenrad. Hast du auch noch nicht gesehen? Nein. Du läufst und fährst blind umher hier. Ja, schlimm nicht? Wir können sogar ins Stadion rein. Natürlich. Lauf. Danke. Nicht erst Paket schwingen, laufen. Was? Hier sind Karts. Wie cool. Was? Yo. Komm, lass damit fahren. Nein. Nein, ich komm von oben. Oh nein. Oh nein. Hast du? Ah, du hast ein blaues. Geil, du sagst blau. Ja. Ein blau, du Orang. Geil. Wie cool. Ja, ich kann da jetzt tanzen. Wenn ich nicht auf dem Dach lande. Aber wir rollen immer wieder. Ah. Ich muss gegenlenken. Wir rollen immer wieder, äh, richtig. Hallo? Ich hänge in meinem eigenen Wagen fest? Huiiii! Das gibt eine glatte 10! Oh, da liegt ein Paket! Ja, das habe ich da fallen lassen! Juhuuu! Ich fahre immer durch den Boden! Erst durch den Boden? Falle und fahre durch den Boden! Hallo! Jetzt nimmst du mich gerade mit! Jaaaa! So, lass uns auch mal beim Autoscooter! Genau! Ich hänge aber selber auch auf der Kante fest! Huch, wie geht das? Wir haben Nitro! Wie geht das? Womit du springst! Mit der kannst du auch Nitro! Ja, ich fähre gerade mal aus dem Auto aus! Es ist nicht immer nützlich! Nein! Prost! Oben hätten können wir auch ein Paket! Was? Ausliefern! Oben ist auch noch eines! Jups! Hahaha! Huiiii! Ich folge dir! Ich folge dir! Mach das mal! Unauffällig, ob ich folge! Wollte hier rein! Oh! Kinderabträume werden wahr! Mhm! Ein Ball! Ein Ball! Ball! Ach Ball! Warte, ich komm sofort rum! Was ist, wenn man an dem... Ach! Hebel hier zieht! Welchen? Hier hinter dem, äh... roten U ist ein Hebel! Hebel? Ich weiß, was du nicht probierst! Nein! Ähm, wir spielen jetzt Fußball! Echt? Ja! Wir können jetzt Fußball spielen! Oh! Wir spielen jetzt gerade gegeneinander! Ich seh's! Au! So wie er auch Fußball spielt! Ui! Ich kann hier nicht festhalten! Moment! Ich brauche ein Auto! Ich bin durch ein Boot gefallen! Moment! Ich brauche ein Auto! Das ist unfair! Ich mach grad irgendwas! Aber nicht das, was ich machen soll! Ich mach grad wirklich irgendwas! Aber nicht das, was ich machen soll! Hä? Kannst du jetzt mal aufhören? Danke schön! Danke schön! Danke schön! Ich kann driften! Sogar im Rückwärtsgang! Hilfe! 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 Mein Auto ging ins Tor. Ich komme! Du fluchst gerade an mir vorbei. Weiße. Das Spiel übersteuert so. Danke schön. Ich lande wieder überall. Aber nicht da, wo ich sein soll. Hupsala. Nein! Siehst du es? Sie landen immer wieder. Du bist aufgetreten. Ja, du auch. Warum? Die sind, glaube ich, gerade rausgeflogen. Keine Rücken. Ach, ein bisschen Gymnastik. Aber du bist beim richtigen Reingetreten? Ich bin richtig reingetreten. Du bist richtig schön reingetreten. Da bist du. Dann los geht's. Ich habe gerade eine Seitenrolle gemacht. Und du hängst gerade bei mir. Ne, ich laufe. So, hier habe ich ein Autohaus. Und eine... Okay. Ja, du kannst aber ordentlich laufen hier. Das ist eine Riesenbrücke. Wo willst du denn hin? Weiß ich es nicht. Zum Riesenrad, wie du gesagt hast. Dann müssen wir aber über die andere Brücke wieder. Wie vorhin. Wait for me! Folge dir! Folge dir! Folge dir! Folge dir! Das geht jetzt ganz anders machen. Ich weiß! Habe ich vorhin auch gemacht. So, müssen wir nur die andere Brücke von eben finden. Oh, ein Krankenwagen fuhre da rum. Fuhre selber rum. Echt? Können wir ihn... Oh! Ähm... Da! Da fährt er rum. Da! Können wir ihn klauen? Vielleicht? Das wollen wir testen, ob wir ihn mitnehmen können. Boah, er hat voll die Zuckern. Er ist aber voll schnell. Ja. Ey, du! Der fährt immer nur im Kreis. Ich würde sagen, er fährt ja nicht irgendwie da im Kreis. Wo bist du? Hier. Fähl ich nicht. Du bist gerade an mir vorbeigerannt. Fähl ich nicht. Du bist gerade an mir vorbeigerannt. Nehbleiben! Verdammt, er hat mich nur überfahren. Hast du ihn? Oh, ich muss hier die Leiter hoch. Ja. Wo bist du? Da kommt er wieder. Das wird du meinen Dank. Verdammt, man kann sich nicht festhalten. Neh! Ich hab's probiert. Ich kann's ja nochmal probieren. Ich komm ihm mal ein Stück entgegen. Mach das. Der hängt mir in der Beine dran. Das wäre witzig. Wir müssen das Spiel auf jeden Fall so zurechtschneiden. Ach, egal. Na, wo ist er denn? Aber es ist lustig. Und du? Ich seh ihn nicht. Er müsste eigentlich schon längst wieder hier sein. Er ist gerade an mir vorbei. Aber er ist gespawnt. Ich hab wieder Zugang, weil ich wieder auf dem Moskid liege. Ich hoffe, auf dem Moskid zu liegen. Hallo. Going. Voll gegen den Baum. Ich hab nicht mehr so nachgegriffen. Hier ist eine Wäscheleine. Ja. Kann man da drauf? Gut. Wo bist du? Hier. Warte. Aufsehen. Hi. Hier ist nur Platz für einen von uns beiden. Gut. Wo bleibt er denn? Ich glaube, er hat es nochmal wieder aufgegeben. Wir könnten sogar rauf auf den Berg. Ja. Sollen wir mal? Außer so mit... Ja. Das ist geil. Ja. Komm. Ich bin unterwegs. Wui. Wieder mit dem Gully-Dekker. Nicht nur mit dem Hubsch... Oh, wir können Seilbahn nehmen. Können wir? Geil. Cool. Das ist nur wie. Oder? Hier ist ein E-Ding. Hier ist ein E-Ding. Keinen Hebel betätigt. Ja, wahrscheinlich ist der Hebel dafür. Ich kann mal wieder keinen Hebel betätigen. Ach so, muss ich wieder zur Hilfe kommen. Wahrscheinlich. Ich kann keinen Hebel betätigen. Ich bin zu doof dazu. Ich kann Auto fahren. Puppschrauber fahren. Heißluftballon fahren. Ha! Ja. Was hast du da? Aber es ist ganz schnell wieder zu. Da ist nur ein Auto drin. Ach so. Ich glaube nämlich hier ist es. Da ist nur ein Auto. Okay, so ein Auto war da auch gerade. Ich will Seilbahn fahren. Da kann man rein. Ich habe gerade gesehen. Gut. Gut, dass du das gerade gesehen hast. Ich habe gerade voll die Zuckungen. Oh, was gibt es denn drin? Unten ein interessantes. Hm. Wenn wir das und das kriegen oder gewonnen haben, dann kriegen wir das und das und so weiter und so fort. Okay. Dann müssen wir halt laufen. Den Berg rauf. Ja. Moment. Oh, das ist der Fisch, von dem du vorhin sprachst. Welcher Fisch? Da unten ist ein Fisch. Ja, hier sind mehrere verteilt. Hui. Ich fliege mal wieder. Weil ich mal wieder so verbacken bin. Bring die Lieferung zum Weinlokal. Das ist ja nicht so weit. Kann man ja eben mal machen. Eine Flas- äh, eine Lieferung Wein. Ist das schon alles kaputt, aber egal. So wurscht. Komm her. Ich auf das Spiel klicken. Juhu. Gold gekriegt. Cool. Du hast ein Transportwagen freigeschalten. Das ist das, das war unser Hauptquartier. Mhm. Ja, genau den. Fisch. Genau den meinte ich. Hui. Komm, wir wollen jetzt den Berg hoch. Ja. Da können wir nicht irgendwie einen Hebel oder so betätigen. Ich hab schon nachgefunden. Ein Dixi-Klo. Komm, wieder rein. Ich fliege schon wieder aus dem Spiel raus. Oh, schade. Nein, aber du kannst das ganze Ding tragen. Ja. Das sieht aus, als wäre ich schlimme Dinger damit machen. Ähm. Wie kommen wir denn den Berg hoch? Hä? Hä? Ich... Ich hab's grad gesehen. Nein, ich bin grad fast durch den Boden. Einmal durch den Boden gefallen. Einmal nach hinten gezogen worden. Von Geisterhand. Guck, da steht jetzt unser Autosturm. Schön. Ein gelbes. Hier stehen so viele gelbe rum. Ja. Ach, da. Wer ist da? Kommt ihr. Ich da? Ja, du da. Hey, du da. Die da losrennt. Wo willst du denn so? Ah! Spät hin. Vorsicht, da kommt ein Auto entgegen. Ich hab's gesehen. Eine Bahn, ob ihr uns mitnimmt. Ja, kann. Muss aber nicht. Oh, ein Auto mit Anhänger. Oh, da hinten ist ein Windrad. Ein Windrad. Spass da vorne von. Schnell hin. Und wie in Holland. Die roten Häuschen da. Siehst du das? Nein, ich kippe grad immer wieder aus dem Latschen ohne Grund. Warte, was ist, wenn wir hier lang gehen? Ich müsste zum Berg gehen. Könnte sein, dass es zum Berg geht. Oh, oh, oh. Was ist los mit diesem Spiel? Ich weiß es nicht. Bei mir hakt das gerade voll. Bei mir nicht. Nicht, dass du schon wieder rausfliegst. Oh, da sind Strandhütten. Hast du gerade Auto? Nein. Er verfolgt nicht ein Auto. Nein. Doch, hinter mir ist ein Auto. Ich muss dann auch hinter mir sein. Und hinter mir ist nichts. Ich fahr kein Auto. Bei hinten. Das ist das Zeichen, dass das unser Auto ist. Ich verfolgt ein Auto. Okay, das ist auch eine Seilbahn. Oh, wie cool. Oh, wie cool. Ich bin unterwegs. Ich bin unterwegs. Warte. Die Bühne. Ich sehe keiner. Willkommen zurück bei, äh, wie heißt das noch, ähm, Dead or Alive. Die Mini-Spiele mit den Mädels. Ja, ja, ja. Siehst du's? Der ist sogar noch Regen. Komm, lass uns Schlammkettchen, Mädel. Nein, Scherz. Äh, lass nicht. Der Abendbrotstrand. Ich hab Brotstrauß gelesen. Natürlich. Der Abendbrotstrand. Wie cool ist das denn? Jo. Das ist die Bahn wieder. Ich hab Brotstrauß gelesen. 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 Vielen Dank.